Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute kommt die Pia uns besuchen und wir gehen eine schöne Runde hoffentlich ausreiten. Ich hoffe, das Wetter hält sich. Und ich probiere euch ein bisschen was mitzunehmen und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Video. Hallo Mädels, ist der Gracie? Hallo. Ich bin jetzt schon im Stall und habe gerade schon ein Grace von Tadok geholt. Ich putze sie jetzt schon mal und dann kommt bestimmt auch gleich schon die Pia und dann reiten wir auch so langsam schon los. Mal sehen, ich freue mich. Also bis vor dem Video. Ralph Galmind! Wir machen los! Wir machen los! Wir sagen... So, auf hier? So sieht das dann aus, und ich denk mir, hier ist dein Weg. So, auf 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 hier ist dein Weg.- So, aufкивurde dich raus. Und du bist so直接 und ich? So, auf natürlich... You are my cinema Action, thriller I could watch you forever You are my cinema Action, thriller I'm sorry Hop, hop, I could do it Ja, wir sind schon wieder auf dem Weg nach Hause, ich habe jetzt noch die Pferde rausgestellt, ich stehe noch ein bisschen auf der Wiese und es war ein richtig, richtig schöner Ausgang, das war richtig viel Spaß, die Ponys waren super entspannt und haben uns, glaube ich, echt gefreut, nochmal so einen relativ langen Ausdruck zu machen, das war echt richtig schön. Und ja, ich hoffe, dass wir das nochmal ein bisschen öfters wiederholen können, das hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt uns ein bisschen Spaß bei dem Video und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!